5,4,3,2,1 Was geht ab? Ihr saftigen Sonntagsfragen Willkommen zu einer weiteren Folge von Deiner Zeiten 4 Heute wird Supercrosser fighten Jaaa Und hoffentlich auch einen Kill machen Ich bin auch gar nicht aufgelegt oder so Jolt mal schnell bevor er Ja bin drauf, bin drauf Soll ich einfach wieder hoch gehen? Ne, wir haben ja gar keinen Food mehr Nein, ich geh doch Hast du keinen Food mehr? Nein Ich hab auch nichts Was, du hast nichts? Nein, du hast noch was gegeben Ich hab das gesehen Achso, ich hab noch 7 Ja, ich hab gar nichts Gehört, hier sind Hier, ich hab die Lava Hier Wie viele sind etwa drauf? Insgesamt sind gerade 7 Leute drauf Mit uns Sagt Er soll euch die Kurze Schauen Ehm, ich kann hier einfach noch gut Schnell Wir sind überall Schweine Mit Lavaeimer, dann sind die Insel gebraten Naja, und dann gibt das am besten Sagt Hat er euch schon kurz geschickt? Ne, ich will ihn drauf schreiben Weißt du, ich geb's einfach Meine Mutter lieber Jetzt ist die Chance sich wieder direkt einzuholen Ja Oder ihr habt hier den größten Noob wieder in der Backe Ja, sie verkackt wird die Backe Ich hab'n Bogen mit 8 Pfeilen Soll ich den usen? Ich hab'n Power 2 Bogen Ich hab'n Power 2 Bogen Mit 13 Pfeilen Ähm, 20 meint ich Noll Ne, fliege aber einfach Herr von Bogen war aber nie die Rede Er könnte einfach mit Bogen spielen Das wär'n so nigerisch Ach, der Was? Mach'n wie ihr denkt, aber Klasse, ich find'n Also, ich komm'n zu hoch, oder? Weil Ja, komm'n hoch, genau So ein Power 2 Bogen kriegt der halt komplett weg Das ist echt cool Wir haben bei Idleway ausgemacht So ein cool Iron Und machen sowas dann Spock auf der Trigger-Bestrinnung Ja Ähm Bist du schon oben? Ne, ich geh'n grad schon hoch Ähm Hat der dir schon kurz gesagt? Ne Hast du ihn gewispert? Ja Kannst du mir eventuell wirklich was in den Titan Bogen reinlegen? Ich bin auf fünf Hunger können und kann nicht rechnen Ich mache Fläscher-Titan Fläscher-Typen Fläscher-Typen Bogen Ja Danke Mehr hab'n aber auch nicht Ich hab'n jetzt nur noch 8 Steaks Und dann müssen wir nochmal zufarben Bevor wir dann Äh Wenn du ihn gekillt hast Bevor wir dann wieder runter gehen Dann müssen wir unbedingt Food farmen Ja Ja gut Der Krieger ist erstmal explodiert Ja Kein Schutzgesinns Das ist Nacht Oh So ich bin jetzt oben Ja Tag dann kurz mal Minus 71 und ein 0 Ja okay Dann muss ich nur in die Richtung kurz rennen und dann bin ich da Ja ich seh den Namen Ich bin hinter dir Ja Pass auf dass ihr nicht sterbt Die machen den Zähnen für damage Geht nicht offensichtlich aus Blätter oder so Versuchst du das Südsk Und dann Dann sagt er doch einfach Er soll diesen Monat kein Schutzgeld zahlen Pass Jetzt geht's doch gar nicht er ist so ich kann dir Pfeile geben wenn du willst meine Titan Schüssel ist halt schon pro 2 der ganz halt übel geil finde ich willst du noch einen? weil ich halt 3 dann gebe ich dir 2 falls du dann während dem Pfeil nochmal irgendwie healn muss warum auch immer während ihr fightet mache ich mir dann mal einen Titan Grailshort oder Deer oder wie auch immer oder so willst du lieber einen Titan Grailshort oder eine Titan Chessplate machen oder Hose äh mach erstmal Sword mach erstmal Sword ok aber da hast du ja gar nicht anderes ja ok stimmt also wollt ihr den Titan Grailshorts halten und äh äh wo musst du hin? warte ich schreib ihn mal an und sag bis er Kotze sagen soll ja äh also das weiß ich jetzt nicht weiß ich jetzt nicht probieren wieso Kotze haben wir das Schelle und dann aber Kostze und das weiß ich einfach nicht doch wie bestimmt wir sind doch die 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 Nee. Dicker, jetzt haben wir unsere Folge verschwendet. Jetzt dürfen wir nicht mehr nehmen. Wir haben so viel Zeit verschwendet. Einer will 1v2. Ginola Hero. Nein, nein, mach sowas nicht, mach sowas nicht. Warum denn nicht? Ja, klar. Ja, und Eistopfer hat mich auch angeschrieben. Er sagt, er sagt, er schreibt... Er sagt, er sch... Ah, er hat mir geschrieben. Er hat mir geschrieben. Minus 500 und minus 250. Minus 500 und minus 300. Wahnsinn. Ja, ja. Ja, ich hab nicht gelesen, dass er Minus sagt. Ich bin immer schön mit Lava-Spiel. Ich sag gar nichts, ey. Ich hab nicht gelesen. Ich hab nicht gelesen. Jungen. Ich bin gerade so an Zittern ausgucken. Warum musst du zittern, wenn einer von uns fightet? Ja, weil... Ist das nicht so cool, sonst... Ja, er darf jetzt zittern, aber das ist legitim. Ja, ja, by the way... By the way... Ich hab jetzt geschrieben, Gorkutokin muss einen Countdown so bad, weil ich den Stuff haben. Was macht... Achso, ich mach den Countdown. Vor dir. Achso, du hast den nicht bekommen? Oh, bruh. Ich hoffe, die Lama ist da oben gespucken, das ist nicht alles für eine Frechheit. Warum hat der mir eigentlich MSG-Decker, das verstehe ich nicht. Was? Hat der minus 500? Minus 250. Also noch ein bisschen. Also nicht viel. Ein paar Blöcke. Ah, das ist hier so eine Bergfigurung, hier. Ein paar Blöcke. Hier, 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 hier. Ich gehe nicht mehr. Ich gehe nicht mehr. Supercraft, ich drück dir die da um, auch wenn ich eigentlich nicht wieder das Eis drücke. Wieso? Ich drück dir die da um. Sneak erst mal, dann dropp ihn das da. Äh, hast du denn schon gepraftet, oder muss ich das jetzt noch schnell machen? Ich habe auch kein Eisen mehr. Hä? Habt ihr nicht weiter relaxen, weil der jetzt da durch alles darf? Warte. Hat er es da? Ne, hat er nicht. Oh, der ist halt im Creepen gestorben. Was ist passiert? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist so geil jetzt gerade. Oh, keine Ahnung. Oh, er hat immer noch einen Essen für uns. Und Federn. Ach, Digga, nee. Ich kann nicht mehr, Jungs. Aber der eine, der 2-re-1 machen wollte. Maybe. Ich muss ihn anschreiben. Slash... Wenn jetzt beider sterbt, ist scheiße. Slash... Ja, ähm... ...du alleine... ...gegen... ...oder... ...ja, ähm... ...durch er... ...darf... ...Sharp 3... Nein, 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 Charp 3 könnt ihr knicken. Charp 3 könnt ihr... Halt die Presse! Ich klär das! Entschuldigung... ...Titan, ähm... ...Grade... Ja, und, äh... ...siebliche... ...Arm... Ich kann versuchen, gegen Team Panarenbrot... ...Fight für euch ausz... ...also, gegen Disco Dragon, weil die sind halt nicht auszutut. Aber ich weiß ja nicht, was ich was davon... Der geht erst mal full Titan, der hat keiner vergessen. Ja, äh... ...selbst wenn ihr beide half... ...Titan wärt, würde ich das trotzdem nicht machen. Ja, doch. Dann würd ich schon machen. Ach, ne... ...Eis zufen. Das ist ganz... ...Gescheid, mir bin aber bad. Ja, nein, 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 nein... ...Schweiß! Lass es runtergehen einfach, hier. Das war jetzt... ...ja, bitte. Ich höre das ganz so krass immer an dich. Ah... Jetzt gibt's nicht. Jetzt gibt's nicht. Wir waren so hoch, Gott sei Dank vor mich zurück zu holen. Ja... Ja... Wie er mich so anfliegt und dann auch vor allem so an dem Creeper verreckt. Ich find das sah so geil aus, von meiner Sicht. Ich find das sah so geil aus, von meiner Sicht. Also so... Warum ist er jetzt eigentlich am Creeper gestorben? Ich weiß nicht, weil der Creeper... Weil er an dem Creeper gestorben ist. Ja, wie sah es... ...sah es aus. Ja. Jetzt kann ich dir gar nicht zeigen, wenn wir die Aufnahme fertig haben. Dann kann ich dir in meiner Aufnahme sehen. Och, Digga, nein! Nein! Kill kriegs... Wir haben Pipo Happy End. Wir fahren zusammen und dann verreckt... Oder neben vielleicht sogar noch einen wird. Och, Digga... Nein, oder? Und wir haben 14 Minuten Spielzeit gewastet gerade. Wie viel? Ja, 14 Minuten. Kurz! Ah, stimmt. Warte... Flash, Waro, BP... Nein, Flash Titan BP natürlich. Flash Titan BP... Das Eisen natürlich... Wollte ich mich erstmal wieder rausnehmen... Das natürlich... Brauchst du noch irgendwas? Nee... Warte... In Backpack... Man darf sich das auch noch Eisen fassen. Boah, dass ich da noch brauche... Hinter dir ist Titan, das du übersehen hast. Und Dias, die du übersehen hast. Und Dias, die du übersehen hast. Achso... Das sind gar keine Dias... Hinter... 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 Die Säcker... Eine Einer-Quillig-Titan... Das ist schon zu verarschen. Warte, ich tue sich in den... Der... Kann nicht zu... Nein Jungs... Nee, oder... Doch! Deswegen, als ich so gelacht habe, dachte ich... Das Ding ist, als ich so gelacht habe, dachte ich einfach dass... Äh... Ich lud noch das ganze Geld damit. Als ich so gelacht hab, dachte ich, du hast sie jetzt so ehrenlos umgehauen. Aber ich dachte so, okay, wenigstens, okay, nee. Also hättest du jetzt einfach nur ehrenlos umgehauen. Nein, ich mein, von dir vertraut, glaub ich das doch gar nicht. Ach, okay, von mir aber, ne? Das war's mit der Folge, es ist einfach nur doof gelaufen. Ach... Ja genau, ciao. Ciao.